Herzlich Willkommen zum Prospekte Angebote de Kanal. Vergessen Sie nicht das Video zu mögen und den Kanal zu abonnieren. Wiener Würstchen 88 Cent. 100 Gramm Appenzeller Mild Würzig 1,99 Euro. A la Care Garden 1,59 Euro. Grünländer Käse Würfel 1,39 Euro. Knorr Fix Chili Con Carne oder Fix Lasagne 49 Cent. Mars Celebrations oder Snickers Minis 1,99 Euro. Always Diskret oder Slip Einlagen 2,59 Euro. Glück Konfitüre 2,29 Euro. Gutfried Hähnchen Fleischwurst 2,39 Euro. Zottsahne Joghurt 44 Cent. 1 Liter Coca-Cola, Fanta oder Sprite 9,77 Euro. Wein Stefan Haltbare Milch 1,11 Euro. Kneipp Aromapflege Duschgeld 2,49 Euro. Merci Finest Selection 2,49 Euro. Trumpf Edle Tropfen in Nuss 2,49 Euro. Rewe Beste Wahl Mini Donuts 1,99 Euro. Sahne Toffees 1,89 Euro. Milch Chocks Schokoladen Bonbons 1,69 Euro. Rewe Beste Wahl Käse Bällchen 99 Cent. Diamant Weizenmehl 1,49 Euro. Saupike Thunfisch Salat 2,29 Euro. 330 Milliliter Coca-Cola 69 Cent. Captain Morgan Spiced Gold 9,99 Euro. 1 Kilogramm Süßkartoffeln 2,29 Euro. 300 Gramm Snack Tomaten Mix 1,79 Euro. 200 Gramm Portobello Pilze 2,79 Euro. Primeln in dekorativem Balkonkasten 4,79 Euro. Ein Stück vorgereifte Avocado 1,19 Euro. 930 Gramm rote Tafelapfel 2,29 Euro. 750 Gramm Mandarinen 1,99 Euro. Helle oder dunkle Bio-Tafeltrauben 6,99 Euro. 250 Gramm Hackfleisch gemischt 1,99 Euro. 100 Gramm Schweine-Stiel-Kotelett 77 Cent. 100 Gramm Zimmermann Farmland Schinken 1,69 Euro. Schulte Salamitala 1,99 Euro. Aala laktosefreie frische Milch 1,39 Euro. Nestle-Mousse 1,69 Euro. Mehl-Zarte Heringsfilets 2,29 Euro. Gustavo Gusto Pizza Margherita oder Salami 3,49 Euro. Bombel Butterkäse 1,39 Euro. Bergader Allemzeit oder Bavaria Blue 1,79 Euro. Jack Links Beef Jerky 3,49 Euro. Rewe Vollkornbrötchen 1,99 Euro. Senseo Kaffeepads Classic oder Jakobs Crema Pads 1,79 Euro. Dallmayer Kaffee Classic 4,88 Euro. Maggi Delikatesse Soße 79 Cent. Kühne Gewürzgurken 1,59 Euro. Wenn Sie keine aktuellen Kataloge verpassen möchten, können Sie gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie es mit einem Daumen nach oben markieren und es mit Ihren Freunden teilen. Auf diese Weise können wir mehr Menschen erreichen und unsere Gemeinschaft vergrößern. Wir schätzen auch Ihre Kommentare und Ihr Feedback sehr. Teilen Sie uns gerne mit, was Ihnen gefällt und ob wir etwas verbessern können. Herzlichen Dank für Ihre anhaltende Unterstützung. ! ? ? ? Amen. 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 Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal.